Das Südtiroler Rumpelspiel ist ein jahrhundertealtes Spiel aus den Südtiroler Bergen. Sie müssen sich vorstellen, in den kalten, langen Wintern und an den langen Winterabenden, es gab kein Fernsehen, es gab kein Radio. Da haben sich die Bauern dieses Spiel gebaut und haben abendelang gespielt. Oft kamen Nachbarbauern zum Spielen oder man ist auf die Nachbarhöfe gegangen. Und dieses alte, schöne Bauernspiel, das haben jetzt Südtiroler wieder ausgegraben und uns nahe gebracht. Das Spiel ist besonders geeignet für Jung und für All. Es ist spannend, es macht Spaß, man braucht keinen Elektroanschluss, keine Energie, es läuft praktisch von selbst. Das Südtiroler Rumpelspiel ist bestens geeignet für Kliniken, ganz besonders für die Ergotherapie, aber auch für gesellige Abende unter Freunden oder unter Kollegen. Das Südtiroler Rumpelspiel können Sie gerne erwerben auf unserer Webseite unter www.rumpelspiel.de. Dazu gibt es natürlich einige interessante Spielanleitungen und eine genaue Beschreibung des Spieles. Achtzig, ich glaub's nicht. Ja, achzig, zähl mal zähl mal.